Ich danke dir, Marco. Ich danke dir, Marco. Ich danke dir, Marco. Ich danke dir, Marco. Gleich ist Halbzeit. Sie sollten die Chance nutzen. Na, das ist schon ziemlich weit weg, aber vielleicht für ihn nicht zu weit. Beckham! Es ist einfach unglaublich! Vollgasmisch von David Becker! Sensationaler Abschluss der ersten Hauptzeit. Dieser Mann kann Tore machen! Ganz starke Leistung. Mit einem 1 zu 0 geht's also in die Pause. Und wir stellen fest, die Experten haben recht gehabt. Kreuf mit dem Fuß auf dem Gaspedal. Er versucht's! Der kommt in ganz... Wie der sich kommt! Also da hätte mehr draus werden können, wenn der letzte Pass ein bisschen besser gewesen wäre. Das Motto heißt ganz klar... Messi! Ein Fút! Wenn Überzahl ist, so wie in dieser Situation, dann muss die Aktion sitzen. Eine zweite Chance gibt's nicht mehr und er hat alles. Das Foul war eindeutig im Strafraum. Und der Elfmeter! Ist das ein langer Ball! Mbappé steht exerent. Aber es war ein Foul, gar keine Frage. Könnte Elfmeter gehen? Nee, der Schiedsrichter verlegt den Tatort. Guckt euch das an! Das war eine... ...qualitäten, das haben sie schon mal unter Beweis gestellt. Jetzt müssen sie's nochmal tun. Messi ans Aluminium! Nee, diesmal nicht. Nee, das war ein Foul. Vielen Dank.